Kapitel 1 Das neue Land Den Weisungen des mysteriösen Propheten folgend, führte Israel die Horde über das große Meer. Nach wochenlanger Irrfahrt auf Tosender See sind die Orks endlich an der rauen Küste Kalimdors angekommen. Da ihre gestohlenen Schiffe nicht mehr seetüchtig sind, wagen sich die Orks vorsichtig landeinwärts, immer auf der Hut vor den unsichtbaren Gefahren die hinter den Klippen dieses trostlosen Landes lauern. Kriegshäuptling, unser Schiff wurde schwer beschädigt, als wir den tosenden Mahlstrom passiert haben. Es ist nicht zu retten. Das habe ich befürchtet. Wissen wir, wo wir sind? Ist das Kalimdor? Wir sind immer westwärts gesegelt, wie befohlen. Das müsste es sein. Nun gut. Habt ihr Spuren von Grommerschellschrei oder den anderen Schiffen gesehen? Nein, Kriegshäuptling. Nicht seit wir getrennt wurden. Macht euch bereit zum Aufbruch. Wenn unsere Kameraden es hierher geschafft haben, sollten wir sie entlang der Küste finden. Hauptquest sammelt die Horde. Findet die gelandeten Schiffe. Thry muss überleben. Okay. Erstmal einen Mana-Trank gefunden. Deswegen auch immer diese Kisten zerstören. Für die Ehre. Und dann wollen wir mal unsere Truppen suchen. Haben wir erstmal ein paar Murlocs. Ich versuche möglichst viel mit Thryl zu tanken. Da dieser die Hitpoints einfach am schnellsten regeneriert. Sonst gibt es erstmal noch einen Schweinebraten. Das ist eines unserer Schiffe, Kriegshäuptling. Der Sturm muss es gegen die Felsen geworfen haben. Ja, scheint hier aber keine Überlebenden zu geben. Ah, obwohl da ist die Ladung. Nix drin. Hier hat eine große Schlacht stattgefunden. Der Boden ist rot mit frischem Blut. Gibt es in diesem Land nur Staub und Gemetzel? Tja, scheint leider fast so. Ähre. So, alles schon ein bisschen raus. Micron. Und Hellschutz-Zauber gefunden. Sehr nice. Die Geister sind ruhelos. Mal sehen. Die Gebäude hier von dem Murlocs zerstören. Vielleicht finden wir da auch noch was Schönes drin. Nö, leider nicht. Okay, aber Hellschutz-Zauber sind eigentlich, oh. Ja. Mehr als genug. Also. Wir helfen uns auf jeden Fall schon um einiges weiter. Ne, hier können wir auch noch hoch. Diese hässlichen Kreaturen haben Pferdekörper. Lactar o'gar. Da waren Taure. Die konnten wir leider nicht mehr retten. Zeit zu sterben. Ich bin der Kriegshäuptling. Oh, jede Menge Schweine rennen hier rum. Ja, egal, nur Ghoul. Also weiter. Also genug zu futtern gibt es hier auf jeden Fall. Für die Heere. Die Geister sind ruhelos. Ja, es sei denn natürlich, das sind alles Veganer. Obwohl, dann gibt es auch genug Bäume hier. Ja. Eure Zeit ist gekommen. Für die Ehre. Omdabu. So was wie diese Schweinewesen habe ich noch nie gesehen. Wenigstens sind sie hübscher als die Menschen. Doch, habe ich gesehen. Im Startgebiet der Orks in Kalimdor. Da rennen die nämlich auch überall rum. Ich meine jetzt natürlich in World of Warcraft. Deswegen, also auch World of Warcraft richtig umgesetzt. Also richtig gut umgesetzt. Diente Warcraft 3 auch als Vorlage für. Und selbst solche Kleinigkeiten finde ich gut. Für die Ehre. Ja. Da unten haben wir noch ein Lager. Gehen wir erstmal hier runter. Einige Gebäude. Wir erinnern uns ja alle an den Kral der Klinghauer. Oder Hügel der Klinghauer. Gab es glaube ich auch. Oh, das sind aber eine Menge. Ich stelle hier auch gleich nochmal einen Heilschutzzauber. Und guckt mal, was wir da unten haben. Da gibt es nochmal zwei Headhunter. Danke für die Rettung, Mann. Wir sollten uns beeilen. Die Schweinemenschen sagen, es sind noch mehr Schiffe in der Nähe. Ja, dann wollen wir nochmal zusehen, dass wir unsere Verbündeten hier alle finden. Und zwar möglichst zeitnah. So, da ist noch einer. Na? Also weiter. Ja. Und da, wo? Die Pferdermenschen schlachten diese Stierwesen ab. Wir sind hierher gekommen, um sinnlosen Konflikten zu entgehen. Aber jetzt scheinen sie überall zu sein. Ja, und leider konnten wir die Tauchen wieder nicht retten. Die Geister sind immer los. Ja, und dann geht's hier weiter. Oh ja, haben wir nochmal ein paar Murlocs. Oh, und auch ein gestrandetes Schiff. Also wer hier strandet, hat's wirklich nicht einfach. Einmal die Klingenhauer, dann überall Murlocs. Versuch zu flüchten. Rotte des Schutzes. Grunt auch noch ein bisschen vollheilen. Okay. Und weiter geht's. Oh, noch mehr Verstärkung. Thromcar, Kriegshäuptling. Wir wussten, dass ihr uns finden würdet. Thromcar, Krieger. Ich bin froh, dass ihr alle in Sicherheit seid. Ist Höllschrei bei euch? Nein, Kriegshäuptling. Der Sturm hat uns getrennt. Wir sind gerade erst angekommen. Nun gut. Also, weitersuchen. Die Kiste kann ich nicht zerstören. Und da sind noch welche. Für die Ehre. Ein Löwenring. Ja. Also, weiter. Leute. Ich bin der Kriegshäuptling. Nicht locken. Und weiter geht's. Links, rechts. Wo gehen wir hin? Wollen wir erstmal hier die Kodos platt. Ja, obwohl, es sind gar keine Kodos. Egal, diese Echsen. Also, weiter. Ich bin schon bei Kodos, weil, ja, eine der nächsten Kampagnen müsste auf jeden Fall die mit den Kodos sein. Für die Ehre. Ja. Es sind aber auch schon alle so angeschlagen, dass man sie gar nicht retten kann. Die Geister sind humolos. Stellt auch nochmal einen Heilschutz. Lässt aber keine fallen. Schatty. Und abu. Für die Ehre. Oh. Die Pferdemenschen scheinen für den Krieg gerüstet. Ja. Ja. Und abu. Oh, ein Brunnen der Heilung. Die Ehre. Meister. Was wir wollen. Ja, den mal gleich runtermoven. Der Kriegshaltling. Los, keine Einheit hier direkt am Heilbrunnen verlieren. Das wäre mega ärgerlich. Für die Ehre. Okay, und erstmal alles wieder vollheilen. Ach jo. Und weiter geht's. Ihr seht's. Ich hab unten auch eingestellt, dass mein Team immer in Formation läuft. Also dieses dreieckige Symbol. Dadurch laufen die Grunts halt immer voraus. Und die Ertanta hält hinterher. In dem Fall jetzt nicht so schön. Weil die Grunts halt die Lufteinheiten nicht angreifen können. Geben ein bisschen Erfahrung. Ansonsten glaube ich nichts weiter. Aber Harpien mochte ich noch nie. Also die holen wir auf jeden Fall vom Himmel. Komme ich aber echt nicht runter. Na gut. Niemand wird überleben. Gehen wir mal weiter. Für die Ehre. Ondabu. Ondabu. Für die Ehre. Was gibt's hier? Na der hat doch bestimmt noch was Schönes vor uns. Also weiter. Nö. Dann aber in der Hütte. Zauberstab des Blitzes. Naja. Des Blitzschilds. Entschuldigung. Ich bin Kriegshäuptling. Ja. Das ist wie das Blitzschild, was auch die Schamanen casten können. Ja. Gehört aber absolut nicht zu meinen Lieblingsitems. Ein Buch der Gesundheit. Und Level 2 erreicht. Ja, also war vielleicht nicht schlecht, dass ich die Harpien vorhin gekillt habe. Gab mir auf jeden Fall ein wenig Erfahrung. Dadurch jetzt Level 2 auch erreicht. Skill ich selbstverständlich die Geisterwölfe. Fernsicht. Ja. Relativ unnötiger Skill. Außer Held zum Beispiel. Man spielt gegen den Blademaster und will den aufdecken. Oder wenn man nachgucken will, ob der Gegner eine Expansion hochzieht. Aber ich skill auf jeden Fall nochmal Kettenblitz und die Geisterwölfe. Oh, oh. Ah, nicht mehr gerettet. Hab erst überlegt, ob ich vorher was einsetze. Aber. Jetzt haben wir da einen großen Haltrang. Ich bin Kern, Häuptling der Blutruf tauchen. Ihr Grün heute kämpft tapfer und ehrenhaft. Ihr fasziniert mich. Ich bin Thrull. Und das sind meine Brüder, die Orks. Wir suchen das Schicksal, das uns versprochen wurde. Ha, ihr sucht euer Schicksal. Hm, es wird euch bald genug finden, Jüngelchen. Aber es gibt ein Orakel weit im Norden, das vielleicht... Norden? Eine Armee von Pferdemenschen marschiert in diese Richtung. Ich muss mehr über dieses Orakel erfahren. Folgt ihnen. Beschützt Kern um jeden Preis. Hauptquest Geleitschutz. Folgt Kern zum Taurendorf. Schicksal, beschützt Kern vor Feinden. Kern Blutruf muss überleben. Thrall muss überleben. Gut. Die Geister sind ruhelos. Ja. Das sollte sich bewerkstelligen lassen. Also weiter. Für die Ehre. Die Geister sind ruhelos. Und haben wir das Dorf. Warten auch noch zwei weitere tauren. Ja. Eins, zwei, drei sogar. Oh, jetzt aber schnell einen Heilschutz. So war das die wenigstens überleben. Komm, komm, komm. Hat gereicht, wie es aussieht. Los, Tauren. Kommt hierher. Hier gibt es Heilung. Oh, schlaue Tauren. Heilen sich sogar freiwillig daran hoch. Mensch. Das gefällt mir. Dann stellen wir gleich mal noch eins. Wen soll ich töten? Ja, und bis jetzt war das Ganze ja kein Problem. Okay. Geht direkt weiter. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Angriffswellen hier kommen. Aber wir nutzen direkt mal eine Rolle des Schutzes. Bevor wir zu viele Einheiten verlieren. Dann lieber direkt am Anfang nutzen. Boah, der Taure, der tankt da vorne alles gut weg. Die Geister sind Ruhe los. Und ein wenig zurückziehen. Diesmal haben sie einen Helden dabei. Nun gut. Soll er kommen, der Held. Alles nochmal hoch rein. Was da drüben ist, der Held. Gehe ich mit Thread schon mal auf ihn. So, da unten sieht das jetzt sehr gut aus. Hauptquest abgeschlossen. Geleitschutz. Euer Stamm ist sicher, Alterchen. Das haben wir euch zu verdanken, junger Kriegshäuptling. Doch die Zentauren haben alles wild aus der Gegend vertrieben. Und ich kann mein Volk nicht verhungern lassen. Wir müssen bald nach Norden reisen. Zu den grünen Wiesen von Malgor. Und ihr befürchtet, dass die Marodeure euch einholen. Ganz genau. In der Ebene sind diese Teufel unübertroffen schnell. Wenn ihr uns verratet, wie man zum Orakel gelangt, werden meine Brüder und ich euch auf dem Marsch begleiten. Ihr und euer Volk fasziniert mich, junger Freil. Wir wären sehr dankbar für eure Begleitung. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal direkt mit Kapitel 2 weiter. Also, bis dann. Bis dann.